www.radio-orbis.com Offeriert am Mittwochabend, am 2. August, eine Rundreise durch Amerika. Kommt mit mir auf den Citytrip mit Liedern von und über amerikanische Städte. Texas is as close as I feel. Oh, it's 42 in Chicago. Louisiana woman. Mississippi man. Steige ein und bis dabei. Go to Luke and Bob, Texas. Euer Sonja aus der Schweiz.